Das Ding hast du ja wohl voll verkackt hier, ne? So, jetzt musst du einen Gang rausnehmen. Ja, Blinker kannst du anlassen, nur Gang rausnehmen. Warum zeigt er mir nicht anders? Nee, dann lass doch mal die Kupplung los, dann wirst du schon merken, wenn du einen hochgezogen hast, dann ist gut. So, dann machst du den Ständer runter. Hä, der springt nicht in neutral. Was? So, dann ständig schnell runter, jetzt muss ich aber beeilen, weil die warten alle schon jetzt, ne? Ja, ja. So, und zur Strafe, weil du rechts vor links nicht beachtet hast, musst du einmal um die Insel laufen. Ernsthaft? Ja, aber laufen, nicht gehen. Ohne abzukürzen. Ja, Mann. Also, wenn du so die... Geilt der deiner Mutter oder mir? Beide. Guck mal hier, der Jogger macht mit. Der kommt dir hinterher. Geil. So, also wenn du das nächste Mal rechts vor links übersiehst, dann ist da nicht nur eine Insel, dann musst du wahrscheinlich die ganze Ortschaft umlaufen, ne? Warm. Was ist jetzt? Warm. Ja, so, dann lass uns mal wieder losfahren. Ja. Warm, sagt sie. Warm. Bist bereit? Ja. 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 Ja.